Jetzt naht in Riesenschritten die Hochzeitstunde. In vier frohen Tagen ist endlich Neumond. Aber ach, mir scheint, der alte Mond nimmt viel zu langsam ab. Lügenspiegel redete mir ein. Ich könnte für ihn schön wie Hermia sein. Wer ist da? Wie, Lysander, der hier ruht? Tod! Oder schläft er? Nein, ich seh kein Blut. Lysander? Sag was! Kannst du dich bewegen? Durchs Feuer könnt ich laufen, deinetwegen. Durch Scheinemzart, ja, Gläsern leuchtest du. Fast seh ich deinem Herz beim Schlagen zu. Den du ansiehst beim Erwachen, wird sofort dein Herz entwachen. Ja, ihn musst du zum Liebsten machen. Und sei es Panther, Waschbär, Luchs, Borstenschwein, verdreckter Fuchs. Das, was dir ins Auge sticht, sei dein Schatz, dein Augenlicht. Zum Tanz, Titania, mein Weibchen, mein Leben. Lass Feld und Flur bei jedem Schritt erbeben. Der Zwist ist beigelegt. Nun ist es Zeit, von Neuem uns zu lieben. Ohne Streit. Wir sind es Zeit, von Neuem. Untertitelung des ZDF, 2020